Ende des Kampftags Jetzt geht's Mir läuft die Nase heute schon den ganzen Tag, das ist so ätzend, Leute Ätzend Müll Das ist das Taschstuch weg Alter, schwerer Gegner wie der Scheiße, na egal, hilft nichts Das war eine vollkommene Fehlinvestition, so Dreck Ich muss da eben kurz ein bisschen überlegen Belezen? Na gut. but i got not a c Was ist es? Das war's für heute. Das war nicht schön gecampt, muss ich mal so sagen. Das war ein schwachsinniger Kampf, weil einfach nur Raketen rausschießen ist der größte hohen Das war's für heute. So... 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 Der war zufriedenstellend der Eintritt bis jetzt. Da kommt gar keine Gegenwehr mehr. Ne, was war das denn? Der war... schnell. Fast win. Fast win. Fast win. Let's go. Gotcha. Haha. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Alter, was soll denn das hier, du Dreck-Sau? Gibt's doch wohl nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gut gespielt. Schön verteidigt hat er, schön verteidigt. Mann, 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 Mann. Das ist echt ärgerlich gewesen, aber egal. Nicht zu Ende. Ich spiele mal die Gattenfahrt. Mal gucken was passiert, was mir rauskommt. das klar die Kunde zu früh, leider. Schade. Die Kunde zu früh, leider. Schade. Die Kunde zu früh, leider. Die Kunde zu früh. Die Kunde zu früh, leider. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.